Das Gesundheitszentrum Dr. Roy Kühne bietet Ihnen auf einer Therapiefläche von 1000 Quadratmetern physikalische Therapie im Herzen Nordheims. Ihre Gesundheit ist das Bestreben unserer 24 Mitarbeiter. Neben der physikalischen Therapie bieten wir auch ein attraktives Kursprogramm und ein individuell abgestimmtes Gerätetraining an. Gerne verwöhnen wir Sie auch in unserer kleinen Wellness-Oase. Wir würden uns freuen, Partner Ihrer Gesundheit zu werden und stehen für ein persönliches Gespräch gerne zur Verfügung.